Entzogene Sonderrechte Gerhard Schröder verklagt Bundestag Lauterbach sieht Corona-Rückgang und Vattenfall kündigt höhere Strompreise an Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 12. August. Nachdem im Mai Altkanzler Gerhard Schröder das Büro sowie die dazugehörigen Mitarbeiter entzogen wurden, hat dieser eine Klage auf Wiederherstellung eingereicht. Das teilte sein Anwalt Michael Nagel am Freitag mit. Vorausgegangen war eine mit Mehrheit beschlossene Forderung des EU-Parlaments, Sanktionen gegen Schröder zu verhängen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss eine pauschale Regelung, die Altkanzlern, die ihren amtlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, das Büro entziehen kann. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat weitere Punkte seines Energiesparplans bekannt gegeben. Öffentliche Gebäude dürfen nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden, machte Habeck in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung deutlich. Wir werden über das Energiesicherungsgesetz Verordnungen erlassen, sagte Habeck. Zudem sollten Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden, so Habeck weiter. Auch in der Arbeitswelt sind mehr Einsparungen nötig. Darüber werde gerade mit dem Arbeitsministerium und den Sozialpartnern gesprochen. Vattenfall hat eine Erhöhung der Strompreise in Berlin angekündigt. Grund seien laut Unternehmen unter anderem die gestiegenen Beschaffungskosten. Pro Kilowattstunde steigt der Preis von 28,82 Cent auf 33,12 Cent. Zudem entscheidet zukünftig die Art des Stromzählers über den Grundpreis, weshalb Netzbetreiber mit dem Ausbau neuer Stromzähler begonnen hätten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat den Fall der RBB-Affäre um die zurückgetretene Intendantin Patrizia Schlesinger übernommen. Dies sei möglich, da die Anwaltschaft als vorgesetzte Behörde in einzelnen Fällen von herausragender Bedeutung die Ermittlungen an sich ziehen könne, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaften, Sebastian Büchner, im RBB24 Inforadio. Aufgrund eines robusten Rückgangs der Fallzahlen sieht Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Sommerwelle in Deutschland als gebrochen an. Auch die Sterblichkeit gehe zurück. Das sei jedoch kein Grund für eine Entwarnung. Es sei zu erwarten, dass die Fallzahlen wieder stiegen. Eine deutliche Lockerung der Quarantäneregeln für Corona-Infizierte Das fordert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Aktuell müssen Infizierte fünf Tage in Isolation, auch ohne Symptome. Mein Vorschlag, nur noch wer Symptome hat, bleibt zu Hause, sagte er der Bild-Zeitung. Es brauche derzeit keine Regeln, die die Menschen verunsichern, sondern solche, die vulnerable Gruppen schützen. Weniger Staus aufgrund des 9-Euro-Tickets im Juli. Das ergab eine Analyse des Verkehrsdatenspezialisten TomTom, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allerdings ist der Effekt vielerorts auch schwächer ausgefallen. CDU-Chef Friedrich Merz wünscht sich eine schnellere Entscheidung über längere Laufzeiten der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke. Die Bundesregierung sei uneins und gehe nicht auf das Unionsangebot ein, im Bundestag rasch über eine Bestellung neuer Brennstäbe zu entscheiden, kritisierte Merz gegenüber der deutschen Presseagentur. Nach Cannabis jetzt auch harte Party-Drogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine. Die Berliner Grünen wollen auch diese nun entkriminalisieren. Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein. Das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei, teilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf am Freitag kurz vor der sogenannten Hanfparade am Samstag mit. Am Freitagmorgen wurde die Ringbahnstrecke wegen eines Gasaustritts in Berlin-Neukölln für eine Stunde ausgesetzt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. In einer Baustelle unter den S-Bahngleisen kam es zu einem Leck in einer Gasleitung, das von der Gasarg wieder abgedichtet wurde. Bereits ab 9.30 Uhr fuhren die Züge wieder. Immer mehr Lehrer arbeiten in Teilzeit Die Quote unter Lehrerinnen und Lehrern ist im Schuljahr 2020-2021 auf den höchsten Stand seit rund zehn Jahren gestiegen. 279.000 Lehrkräfte arbeiteten in Teilzeit, das sei ein Anteil von knapp 40 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Hertha vor heimischer Kulisse auf Eintracht Frankfurt, das Spiel beginnt Samstag um 15.30 Uhr. Union Berlin spielt am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den 1. SV Mainz. Zurzeit belegen die Unioner den fünften und die Herthaner den vierzehnten Tabellenplatz. Und nun zum Wetter. Die Nacht zum Samstag zeigt sich klar und trocken bei Tiefstemperaturen von 17 Grad. Der Samstag zeigt sich leicht bewölkt und trocken bei Höchsttemperaturen von 31 Grad. Auch der Sonntag ist leicht bewölkt und die Höchsttemperaturen bleiben nahezu konstant bei bis zu 32 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.